Komm, einmal einen Kamel desinfizieren. Okay, just press? Yeah, yeah, just press. Oh, she loves it. No. Kann mit Frauen umgehen. Und nicht nur deswegen schicken wir Abenteuer-Leben-Reporter Kai Böcking nach Abu Dhabi, dem Land der Superlative. Mit dem Fahrrad über die Rennstrecke, mit der Achterbahn durch den modernsten Wasserpark der Welt.